Unsere Natur. Einzigartig, kraftvoll und lebendig. Unsere Wirtschaft. Bewegend, innovativ und beeindruckend. Die größte Herausforderung ist es, Wirtschaft und Natur im Einklang zu halten. Belastung durch CO2-Ausstoß von LKWs, Stau auf Autobahnen, hohe Umweltbelastungen, besonders für unsere Alpen, sind die Folge. Unsere Natur ist wichtig, doch der Transport von Gütern? Unverzichtbar. Wie schaffen wir dies in Einklang zu bringen? Wer schafft das? Transitex. Ein von der EU unterstütztes, alpenübergreifendes Verkehrsprojekt, das mit 16 Partnern Konzepte für die nachhaltige Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene entwickelte. Mit viel Engagement und Einsatz wurden Lösungen erarbeitet, um Wirtschaft und Umwelt in eine neue, bessere Zukunft leiten zu können. Eine länderübergreifende Kooperation, die für Innovation und Bereitschaft steht. Transitex schafft es mit Hilfe von neuen Zugverbindungen und logistischen Konzepten, den kombinierten Verkehr zu fördern und damit den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sowie den Verkehrsfluss zu optimieren. Transitex steht gemeinsam mit Wirtschaft, Bürgern und Politik für eine nachhaltige Verlagerung von der Straße auf die Schiene, um die Umwelt zu schützen und die Lebensqualität jedes Einzelnen von uns zu erhöhen. Transitex steht gemeinsam mit Wirtschaft, Bürgern und Politik für eine nachhaltige Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Transitex steht gemeinsam mit Wirtschaft, Bürgern und Politik für eine nachhaltige Verlagerung von der Straße auf die Schiene.